Das ist die Zenith Defy Classic Skeleton Titanium und sie ist die skeletierte Version der unter Uhrenfans beliebten Zenith Defy Classic. Und in diesem Video nenne ich dir die 5 wichtigsten Merkmale zur Zenith Defy Classic Skeleton und gehe auf die häufigsten Fragen ein, die sich die Uhren-Community und vor allem auch ihr zu dieser Uhr stellt. Zum Beispiel, wie sind die Maße ausgefallen? Wie gut ist die Qualität einer Zenith wirklich? Fühlt sie sich durch das verwendete Titan vielleicht weniger wertig an als eine Stahluhr? Was hat die Uhr technisch zu bieten und wie sieht es auch mit den Themen Verfügbarkeit und Werterhalt bei dieser Uhr aus? In diesem Review beantworte ich dir nicht nur alle diese Fragen, sondern verrate dir auch alles andere, was du wissen musst, wenn du dich für die Zenith Defy Classic Skeleton Titanium interessierst. Danach verrate ich dir wie immer, was ich an der Uhr mag und was ich an ihr nicht so mag, sodass du am Ende des Videos ganz genau weißt, ob diese Uhr für dich in Frage kommt oder nicht. Punkt Nummer 1 sind wie immer die Hard Facts und die Maße der Uhr. Diese Zenith ist die skeletierte Variante der Defy Classic und besteht erstmal komplett aus Titan. Skeletierte Uhren sind ja dafür bekannt, gerne 44 Millimeter und auch mal größer zu sein, deshalb gehören die Maße mit zu den wichtigsten Merkmalen. Diese Uhr hier kommt nämlich mit ziemlich alltagstauglichen Maßen daher und verzichtet auf einen großen Durchmesser. Der Durchmesser beträgt nämlich nur 41 Millimeter, die Dicke nur 10,8 Millimeter und der Lack-to-Lack nur 45,2 Millimeter. Und somit ist die Uhr durch das verwendete Titan nicht nur ultraleicht, sondern auch ziemlich kompakt geraten. Und auch wenn sich die Uhr am Handgelenk ein bisschen größer trägt als vermutet, so ist sie für die meisten Handgelenke ab so ungefähr 160 Millimetern geeignet und sieht vor allem bei einem Handgelenksumfang ab so 17 Zentimetern perfekt aus. Gefällt dir der generelle Stil der Uhr? Kannst du die Uhr sogar noch gut tragen, wenn du etwas kleinere Handgelenke hast? Das ist natürlich am Ende des Tages immer Geschmackssache. Bei skeletierten sportlichen Uhren geht es aber schon in Ordnung, wenn die Uhr auch mal ein bisschen größer ist, solange sie dir nicht hier übers Handgelenk rausragt. Punkt Nummer 2 ist die Qualität. Qualitativ ist die Zenith Defy Classic Skeleton absolut gelungen. Obwohl das Gehäuse komplett aus Titan besteht und durch das skeletierte Zifferblatt extrem futuristisch aussieht, besitzt die Uhr durch die schönen Phasen an den Seiten trotzdem eine sehr edle Optik und ist bis auf den dunklen Look kaum von einer Edelstahluhr zu unterscheiden. Das Zifferblatt, insofern wir das überhaupt noch so nennen können, bietet uns einen tiefen Blick in das komplette Uhrwerk namens Elite und sieht unglaublich komplex aus. Sowohl Lederband als auch Titanarmband sind hochwertig verarbeitet und keine Sorge, sowohl das Titanband als auch das Lederband haben eine bessere Schließe als die Zenith Chronomaster Sport. Beim Lederband ist die Schließe sogar nochmals etwas besser als beim Titanarmband. Übrigens, wenn du dich für Uhren interessierst, dann abonniere jetzt den Channel, denn hier gibt es jede Woche ein Video zum Thema Luxusuhren, Reviews, Watchtalks und noch vieles mehr. Jetzt abonnieren kostet nichts. Kommen wir damit zum Punkt Nummer 3 und zwar dem Tragegefühl der Zenith Defy Classic Skeleton. Durch das sehr geringe Gewicht zugegebenermaßen stellen sich Uhrenfans bei Titanuhren immer wieder die Frage, ob sich das nicht vielleicht ein bisschen billig anfühlt im Vergleich zu einer gewöhnlichen Stahluhr. Wenn man es gewohnt ist, nur Stahluhr zu tragen, ist eine Uhr aus Titan tatsächlich immer erstmal eine Umstellung. Trägst du aber auch mal die ein oder andere Golduhr, fällt der Gewichtsunterschied nochmal um einiges drastischer aus. Aber hat man sich erst einmal daran gewöhnt, fühlt es sich nicht mehr seltsam oder weniger wertig an. Irgendwo gehören besondere Materialien zu solchen Uhren auch dazu und man wird auch mit einem futuristischen und einzigartigen Look entschädigt. Insgesamt ist es bei solchen Uhren aber immer so, es gibt hier Leute, die mögen leichte Uhren und Leute, die mögen es nicht. Ich mag es zum Beispiel eher nicht. Ich würde mir keine Titanuhr kaufen. Andere mögen es oder denen ist es egal. Für die ist es dann dementsprechend kein Problem. Lass uns als viertes mal über die Technik der Uhr sprechen. In der Uhr werkelt nicht das berühmte El Primero Uhrwerk, sondern das Elite Automatikkaliber, welches du dir nicht nur über das Zifferblatt, durch das skeletierte Zifferblatt nämlich, sondern natürlich auch über die Rückseite, durch den Saphir-Glasboden ansehen kannst. Passend zur Uhr wirkt das verbaute Werk extrem futuristisch und technisch. Die Uhr bietet eine Datumsfunktion auf 6 Uhr und eine Gangreserve von 50 Stunden. Um trotz skeletiertem Zifferblatt jederzeit eine gute Ablesbarkeit zu gewährleisten, hat Zenit ein blaues Reo am Rand des Zifferblatts verbaut. Und mit 100 Metern Wasserdichte ist die Uhr absolut robust und somit auch perfekt für den Alltag geeignet. Kommen wir jetzt zum fünften Punkt. Preise und Verfügbarkeit sowie auch das Thema Werterhalt der Zenit Defy Classic Skeleton. Weil Geld verschenken will, glaube ich, niemand. Die Uhr wurde tatsächlich Ende 2022 eingestellt. Aus diesem Grund gibt es bei der Uhr jetzt offiziell keinen Listenpreis mehr. Auf dem Graumarkt bekommst du die Uhr jedoch je nach alter Zustand und Lieferumfang für ungefähr 5.000 bis 7.000 Euro. Und rund um diesen Preis machst du somit auch nicht mehr so viel Geld kaputt, denn das ist ja der Marktpreis. Du musst es bei solchen Uhren halt immer bedenken. Solche Uhren Zenit und dann noch Skeletiert haben natürlich eine kleinere Zielgruppe als die typische Rolex. Das bedeutet, du musst dafür auch wieder einen Käufer finden. Aber wenn dir die Uhr gut gefällt und wenn du sie eben zu einem guten Preis von 5.000 bis 7.000 Euro holst, ist es sicherlich das Gefühl, sie zu tragen wert, wenn die Uhr dir gefällt. Und wenn du sie mal wieder verkaufen musst, ja, dann wirst du da vermutlich auch nicht arg viel mehr als vielleicht 500.000, vielleicht 1.500 Euro kaputt machen. Was ja, wenn man die Uhr mal zwei Jahre getragen hat, schon verschmerzlich ist. Lass uns nun zu den Punkten kommen, was ich an der Uhr mag und was ich an der Uhr nicht so mag. Was mir an der Uhr sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass es sich hier um eine echte, skeletierte Uhr handelt, die auch trotzdem perfekt für den Alltag geeignet ist. Die Uhr ist weder zu groß, noch irgendwie aus irgendeinem empfindlichen Material, noch ist sie selber besonders empfindlich. Sie ist 100 Meter wasserdicht, das heißt, mit der Uhr kann man eigentlich alles machen. Gut, Tennis spielen würde ich jetzt damit vielleicht nicht, aber alles andere, was man so macht, kann man im Alltag auch machen. Und es ist vor allem eine besondere Uhr, wenn man die trägt, zum Beispiel jetzt irgendwie auf einem Event oder wenn man abends weggeht oder auch auf der Arbeit, würde ich sagen, kann man die tragen, weil es keine Angeberuhr ist. Dann fällt man damit trotzdem auf, es ist eben was Besonderes. Das einzige Negative, was mir an der Uhr vielleicht einfällt, ist, okay, das Titan, das leichte Gewicht, das muss man mögen. Und naja, natürlich ist die Uhr jetzt nicht so super gut ablesbar wie eine Explorer oder irgendwie sowas. Und auch das Gerald-Genta-Design ist irgendwo auch in den letzten Jahren ein bisschen übernutzt. Das sind allerdings eigentlich nur komplett subjektive Punkte, die die Uhr jetzt nicht wirklich schlechter machen. Und das waren die fünf Sachen, die du zur Zenith Defy Classic Skeleton wissen musst. Du weißt jetzt alles über die Uhr, du weißt auch, was sie qualitativ zu bieten hat. Und wenn in diesem Falle jetzt trotzdem noch Fragen offen geblieben sind, dann schreib sie gern unten in die Kommentare. Wenn dir das Review gut gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du weitere Reviews und Watchtalks nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt den Channel. Wir sehen uns somit im nächsten Video. Bleibt gesund und munter. Bis dann.